hey leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge parkway und marcel und markus und die leute kommen zurück kommen zurück was denn immer frage wir hatten doch das letzte mal blaue jet skis oder ja die haben wir zu lack warum sind die schwarz geworden war wasser mal farbe deswegen das ist diese farbe wenn man das in wasser taucht dann wird das so genau richtig gut richtig gut sollte über endhaft wir machen so ein scheiß da will man ein meine profis arbeiten und man kann nur mit euch was machen ist schrecklich naja bild mal kurz ihr seid ihr seid viel schneller als ja ich nehme auch auf ich darf schneller sein als ich achte sind hier oben die waren hier oben leute ja natürlich dicker 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 als ob marcus so bleibt so verdammt was er wecken sowieso deswegen alle das war marcus leute ich höre ihn ja das leiden da alles klar und jetzt muss mir seid beide weiß muss man jetzt erstmal eine andere wache nehmen das ist mit dieser f1 ist todes scheiße ich würde die vektor geben ist echt gut ja habe ich ja nicht so hoch gelevelt wie ich nein du siehst ja mal hoch schießt ist ja ja und ich kann ja schrei gemacht ja jesus cry ich habe keine grenade feuer müssen gucken dass die granaten treffen müssen einfach mal auf den hinten auf den tank drauf schießen er ist dann okay erst dann ich nehme ich nehme den planer ja tanzt was hält hand ist doch garantiert nicht okay wir müssen rein doch bis mich lustig was heißt man aufnahmen so aggressiv wie verstehe das ist ja das ist hier fahren wir doch schon mal hier waren wir noch nicht mal wenn ich ein bunker waren ja ja schon mal ein bunker klar aber ich in dem bunker und das hier sind mit der führerbunker andere war nur ein vorstand bunker waren wir schon mal ich meine das war recht nicht 100 nein oder poni ich verspreche dir das das stimmt mir kommt es nämlich auch nicht so bekannt wie kommt es irgendwie mega bekannt vor ja vielleicht hast du das mal gesehen oder schon mal gespielt und verdammt getroffen scheiße wollte ja 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 mal so ein bisschen ist ich liege auch den check chill erst mal chill erst mal mach erstmal die ganzen spaß die speck ich bin auch gleich noch mal heilen okay jetzt schön dann losgehen pass auf um die ecke genau das eine genau den erst noch weg nach sehen sehr gut ich habe noch zeit mache es max ja ja auch keine mensch wo ist dann los mit dir was die schwere mond also ich will den flammen werfen nicht mitnehmen hier vorne war normale mund und hier sind spritzen noch nicht mitnehmen müssen wir hier raus ja jungs schild wartet auf mich was so ist max so bist du denn jetzt ich bin ich musste man hätten weil ich noch munition holen musste wo seid ihr lang wir sind raus die treppen hoch treppen hoch treppen hoch hier aufstieg ohne dass wir so ein fahrzeug kann man erst mal anvisiert so hast recht nicht sehen war das war uns dumm ja das war irgendwie jetzt ist gerade gut getroffen war nicht so schlau ja was loll bei mir ist der geflogen als ob wo rpg weißt du äh ist hier mal irgendwo im mund ach ne ja hier oben wo ich bin hier rechts von dir Marcel ach da ok perfekt worris double kill also wir müssen intervallmäßig auf seinen kopf schießen dann kriegen wir den auch ganz gut da jetzt hat uns wieder jetzt hat er uns wieder immer mal kurz zu nehmen dann eben vor verdammt verdammt oh gott aber wir haben ihn gleich haben gleich oh gott bin ich schlecht ok jetzt aber ich finde ganz ehrlich heute die steuerung von fahrrad ist doch besser ich finde irgendwie ja weil hakelig kann das sein ja es ist wirklich extrem hakelig und das ist irgendwie so auch so so unpräzise sag ich mal also das ist echt nicht muss ich sagen ist schön irgendwie so zu spielen nee also es ist also kommt das toile so ist ein deutlich besser ja wolltest du gerade call of duty sagen ja wollte ich weil bei es mit c anfängt ach so ich bin tot war toll nur sehen liegen äh warum hab ich jetzt immer liegst du wieder nee 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 alles gut ich hatte nur auf einmal meine standardwaffe wieder richtig komisch dabei habe ich ja getauscht auf die die seltener waffe rein mysteriös oh nee hier haben wir gut das war schnell im munde holen und so ich habe nun ja schön wie nicht ok schwere mund habt ihr euch auch schwere mund geholt ja ich habe nur gröner hiebs eigentlich hätte ich eine treue um um ja wir haben ja schon beim ende ich glaube ein kapitel kommt noch oder zwei naja wir müssen ja bei dem punkt jetzt stürmen und den captain töten denn es ist ja noch abhauen und wir schon fertig johann wir wissen ja nicht ob er hier ist das ist ja auch woanders messer kill jahre kampf kill ja ja schon so ach da ist marcus hallo äh mon warte mal ich glaube wir müssen die hofen ist nicht hoch Leute ja ich habe nur noch die mon noch schnell geholt hier ist wieder so ein fetter ja den hole ich mir jetzt mon dicker oh my god ich bin da da its Herr sache doch dass zwei ich habe auch nicht ja wir schon Wir müssen da raus. Einmal aus dem Gang raus. Scheiße. Die kommen hier gleich. Scheiße, Jungs. Liegst du? Nee, nee. Alles gut, alles gut. Weil das Problem ist. Hier, warte mal. Der eine, der ist beinahe down. Wir müssen nur noch... Ich hab schon, ich hab schon. Nein, jetzt liege ich. Jetzt liege ich. Warte, ganz kurz. Eine Sekunde. Ich muss einfach rein. Chill, chill, chill. Ich hol's gleich, ich hol's gleich. Chill, ich hab Zeit, ich hab Zeit. Boah, scheiße. Ist egal, lauf weg. Ich hab noch Zeit. Nee, 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 nee. Alles gut, alles falsch. Alles falsch. Wenn du die... Ach so, die sind down. Die sind noch nicht down. Ja. Okay. Hälfte hat noch über die Hälfte. Jetzt sind sie down. Jetzt ist sie down. Okay, warte. Ich hab dich jetzt wieder geholt. So wie. Lange dir. Oh Gott. Wo gibt's Mund? Hier vorne. Hier vorne bei mir auch. Äh, der hat ne, okay, perfekt. Sehr schön, weil ich boge. Gibt's hier auch Granaten? Ja, ich hab die grad irgendwo gesehen, dass ich hergelaufen bin, aber ich hab sie jetzt auf den Augen verloren. Komm, geh vorne. Ach, geh mal auch da. Ach so, ich glaub, ich hab hier, ich hab die Bombe. Genau, weil ich denk mal das Sprengstoff hier hin. Der war der Typ. Ja. Nein. Ach, da drin ist der Käpt'n, hä? Boom. Le Capitan. Ja. Ich hab nicht nur Katt'n, scheiß Kerle. Könntet ihr so? Habt ihr so? Habt ihr so bleiben und die Hand ritten? Ja. Ich hab schön, wie euch eingefallen. Ha, ha. Hier, wir haben die ganze Scheibe in den Kopf gesteckt, alles zu Ende, alles zu Ende. Hey, wieso hat er mein Geld da genommen? Hallo oder ist es meins? Nein, es ist mein Geld. Ne, also ich muss sagen, es war eine unglaublich realistische Sterbeanimation. Das stimmt. Nimm mein Geld. Es ist ja sehr schön. Ja, also ein, wie hieß das nochmal? Schleuser? Na, ne doch, ne. Hä? Ja, ne doch, ne ja. Meinst du ne Schleuse, Marcel? Glaube. Bootschild? Abschützt es irgendwo? Geht direkt. Ähm. Achte oben. Ich versuche mir da oben dieses Geschütz zu holen. Mach das. Versuch bitte aber nicht zu sterben, ja? Ne, ne. Machst schon. Wann mal, ich geh erstmal. Ich geh erstmal. Ich geh erstmal. Das Haus ist erstmal. Okay, hier gibt's Granaten. Wenn du Mon findest, sag Bescheid. Äh, ja. Ich find, ich find hier mysteriöse Gänge, aber ich... Öffne das zum Geschütz. Okay. Äh, hier ist Mon, hier ist Mon. Geschütz, wo bist du? Hier vorne. Ah, sehr schön, die Schleusung. Geht die? Jetzt hier, die geht auch wirklich so auf. Cool. Aber man kann sich nicht drauf trennen. Chillt, Jungs, chillt. Okay. Äh, ach da hinten. Okay, sie kommen wieder, die ganzen Kappen. Und da ist ein Scharfschütze irgendwo. Da schützt man? Oh, oh, hinter mir, hinter mir ist ein Scharfschütze. Ist aber auch... Nein, warum hab ich jetzt eine Granate? Gibt's irgendwo Granaten? Ja. Alles ist da so ein bisschen in der Nähe. Boah, die Schleuse öffnet sich nochmal richtig schnell. Boah, ja, wie, wie alles in diesem Spiel. So. Wollen wir mal ein bisschen die andere Seite in meinem Auge, weil... Ja, das ist das, dass er mich aus einem Meter mit der Scharfschütze abschließt und ich nicht sterbe dabei. Ah, ne, ich wurde gerade beim RPG beschossen. Shit, Scharfschütze. Ja, ja. Okay. Oh, da hinten. Sehr schön. Oh, die Schleuse ist gleich. Das ist doch hier, ey. Ich dachte, der war... Oh, das ist gleich auf dem Jungs. Gleich? Das Ding ist... Naja. Das ist jetzt zufällig irgendwo ein Scharfschützengewährung? Sehe ich ja nicht. Na, okay, da ist einer, da ist Schrot. In diesem Gebäude drin. Okay. Genau, ist weg. Hier gibt's schwere Munition, ne, hier unten, in dem Haus. Gut. Und dann ist alles safe. Na, Leute. Ich finde das schade, dass dieses Spiel bald vorbei sein wird. Ja, du. Dieses verpackte Bug-Bug-Spiel. Boah, Alter. Leute, habt ihr mal in die Sonne geguckt, wie scheiße der Hater ist? Markus, in der dir war jemand, ne? Das ist... Das ist noch schlechter als der Standard-Shader bei Minecraft. Und der hat nicht mal einen Shader. Man sieht nichts. Ja, es ist einfach... Es ist einfach weiß. Ja, es ist einfach nur so ein überstark belichteter weißer... Ich weiß nicht was. Okay, ich bin auf dem Boot drauf. Als würde man... Als würde man direkt in so eine Dings gucken. In so eine Softbox. Müssen wir aufs Boot, ne, ne? Äh, ich weiß nicht. Ich stelle mich jetzt einfach mal so ein bisschen drauf. Ich bin ja der neue Captain. Halt, noch ist das Tor nicht offen. Oh, ähm... Markus, hättet ihr, äh... Werde mir? Hab ich's gekleert. Lange, lange, ne. Okay, wann mal. Und da ist auch noch jemand. Okay, sehr schön. Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Hm. Lass das mal den Papa machen. Ja. Der Papa macht das gut. Lass das mal eine Sonic-Box machen. Ne, das klingt scheiße. Ne, das klingt scheiße. Ne, das klingt scheiße. In diesen beiden Bunker-Dings, äh, sind die Spawn-Punkte. Hey, warum stellen wir uns da nicht? Hä, müssen wir... Was sind? Wir können uns rein theoretisch da einfach auch reinstellen. Dann machen wir die Spawn zu. Ne, geht nicht. Äh, äh, weil dann verlässt das, äh, Kampfgebiet. Weil Spawn-Gebiet ist hinter der Ecke. Und so weiter reingeht, verlässt das Kampfgebiet. Hab ich auch schon probiert. Achso. Achso. Man kann den Spawn einfach zu machen. Ja, stimmt. Hey, ja. Könnte da auch mal den Granat nochmal reinschmeißen. Hä, wie dumm. Glaube, beinahe. Guck mal, wie weit das Tor ist. Ne, ich gucke mal. Ja, mach das. Ähm, sieht schon gut aus. Eigentlich ist es... Es ist fast geöffnet, also kommt am besten mal zurück. Ja, chill. Ich muss eh mal holen. No, lass uns am besten irgendwie nochmal kurz. Na, komm, okay. Oh, ne, da drin ist wieder ein Scharfschütze. Den hole ich. Habe ich. Kopfschloss sogar. Haha. EG auf jeden Fall. Ja. Und da ist wieder ein Scharfschütze. Okay, ist weg. Sehr schön. Subi. Na, achte um. Hunde. 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 Oh nein. Oh nein. Willkommen. Hast du? Okay. Magst du das erstmal wieder kurz ein bisschen... Ja, hab ich. Zeit zum Refreshen. Ist da. Ich hab jetzt auch zurück, Alter. Hast du? Habe ich. Hm. Sehr schön. Du hast fast auf, das Ding ist auf, da kann man durchfahren. Wir müssen wahrscheinlich die restlichen Sörter töten. Jetzt gehen wir. Ich besetzt schon mal das Boot. Richtig der böse Typ. Böse Boy. Ach, komm. Wir sind aber auch tausende von Töten einfach mal, ne? Vor allem richtig unrealistisch in der Relation, wie viele Leute wir einfach töten. Äh, aber wie wenig Leute uns töten. Hätten wir jetzt das große Schiff dahinter nehmen können? Ist wär cooler. Hä, vor allem, warum liegt Kalem da einfach so richtig dusselig? Weil es kann. Der komische Typ. Jetzt fahren sie ins weiße Licht, in den Tod rein. Ja. Ja. Suche nach Daten. Verschlüsselte Daten gefunden. Ja. Ich hab grad, statt beglichene Rechnung, belgische Rechnung gelesen. Ja. Belgische Waffen. So. Das war's, glaub ich, ne? Ich bin Level 23. Äh, 27. Und ich hab die Vector. Yay. 32. Halbautomatische Pistole. Aber ich bin ja mal, das war's, das war irgendwie jetzt alles so, ne? Gibt's da nicht nur eine Karte? Ähm, noch gibt's ein Kapitel, ja, glaub ich. Ähm, ich glaub auch. Ähm, ich guck mal schnell. Äh, wir hatten gerade... Verdältung, äh, Vergeltung, äh, Vergeltung, Vergeltung. Vergeltung, dann kommt noch Redemption, dann kommt noch Jailburg, also zwei Kapitel noch. Okay. Ja, gut. Ja, liebe Freunde, ich würd sagen, das war's dann mit dieser Folge. Und die nächste Folge seht ihr wieder bei Marcel auf dem Kanal. Und ich würde sagen, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Und tschüss. 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 Tschüss.